Äh, das Schüppletz? Oh Gott, ich hoffe nicht, dass es jetzt da ja abkackt. Mein Internet lässt auch gleich zu wünschen übrig wahrscheinlich. Nee, äh, Pauni, ich komm doch nicht ran. Doch doch, kommst du. Wie denn? Hä, du warst doch eben da dran. Da geht's doch nicht, guck. Du musst dich drehen, du musst drehen. Hä? Unten, da ist doch so ein Ding, da kannst du dich drehen. Da unten, ja. Hä? Lass dich mal fallen, aber nicht da. Nicht so tief fallen. Okay, warte mal, ich versuch rauszufinden, was du meinst. Das da meinst du. Und jetzt dreh dich. Und jetzt kommst du ran. Da komm ich doch zurück. Nee, das ist der falsche Weg. Geh mal da hin. Aber Toffi, das ist der falsche Weg, ne? Hä? Hä, gab's? Äh, irgendwas machen wir falsch. Da vorne ist noch ein Weg. Ist da noch ein Weg? Ach, hier kann ich nur lang. Ja, da sollst du doch hin. Hä? Du bist doch da oben, hast du gesagt. Nein, ich hab gesagt, ich bin da. Du siehst mich doch. Ich denke ich... Du siehst doch meine, meine Facetten. Oh Gott. Warte, ich mach mich wieder weg. Wo die sich aufregen kann. Und jetzt mach dich wieder hin. Und jetzt mach dich wieder weg. Nee, es ist noch immer Splitscreen. Ja, darf ich da sein? Okay, eins haben wir noch. Hä? Hier. Ach da. Das ist mir viel zu anspruchsvoll. Ich will lieber wieder Westen klatschen. Boing. So ein bisschen Harry Potter Feeling jetzt, oder? Hä? Harry Potter? Harry Potter. Okay, der British Accent passt auf jeden Fall schon mal. Brauchen die wieder Wege, die ihr eigentlich gar nicht gehen soll. Nee, hier. Raketen. Wir machen nämlich alle Secrets. Machst du auf der anderen Seite auch die Rakete? Ich bin grad hier bei der. Bei der Rakete? Nee, du bist falsch. Du bist bei mir. Ja. Nee, du musst die andere Rakete machen. Da ist noch ne Rakete. Warte. Ja, und ich muss dich dann hier irgendwie... Was ist das denn? Du musst mich wegschießen, oder was? Nee, nee, ich kommunizier grad mit aliens. Kommunizier... Was? Zusammenarbeit? Kollaboration. Hör zu. Nein. Ich arbeite doch nicht mit dir zusammen. Von wegen Collaboration. Ich krieg hier gleich nen Kollaps. Wenn das mal weitergeht. Wollt ich mal gucken, ob noch irgendwo anders jemand mit uns redet? Der Page los. Uh. Okay, can you swear here? Okay. Hier ist noch was. Oh, mein Ehemann ist schon wieder ewig weit weg. Oh, guck mal. Oscars. Was? Hat der grad fuck gesagt? Bullshit. Ich glaub... Ich glaub, das ist wieder ein Easter Egg, oder? Von Teil 1. Keine Ahnung. Hab erst nen Jahr nicht gespielt. Ich glaub, das war... Ich glaub, das war wieder ein Easter Egg. Weil ich hab jetzt hier halt woanders hingeguckt, weißt? So einsam bin ich schon. Ich muss mit mir selbst gewinnen. Oh, guck mal. Hier ist Dr. Hakim. Hansen ist der Schlüssel zu unserem Herzen. Ich hab Dr. Hakim grad gefunden. Hakim. Hakim. Jetzt komm endlich. Ja, ich, äh... Ich muss doch alle Easter Eggs und so finden. Ja gut, eigentlich hast du recht. Hast du die Rakete abgeschossen? Ja, die ist weg. Wie, du willst jetzt schon zum Endboss waschen, oder was? Rush, ja. Du willst ja nur wieder ein neues Projekt abschließen, ne? Was? Wir sind noch lange nicht am Ende des Spiels, Pauli. Ist es dann dein längstes Projekt in diesem Jahr? Oh, Pauli. In diesem Jahr? Ja. Weil dieses Jahr hat ja erst 14 Tage. Also ich hab schon eins abgeschlossen, Horizon. Ja, du bist durchgerusht. Wer spielt ein Open-World-Spiel, wo er nur die Story spielt? Also zurzeit steht's 1 zu 0, ne? Es gibt keine Wette mehr, Brauni. Die wird's für immer geben. Außerdem hab ich schon ein Spiel durchgespielt dieses Jahr. Was denn? Pokémon? Was? Pokémon? Hui! Ja, zum Beispiel. Nee, Nutzlocke hast du verkackt. Nutzlocke. Nutzlocke. Also das halte ich für ein Gerücht. Ich glaub, du hast dich verguckt. Äh, Brauni, ich brauch hier deine Hilfe. Du musst auch hierher kommen. Äh, du müsstest mich auch irgendwie hochholen. Ja, wie soll ich dich da hochholen? Ja, weiß ich nicht. Denk dir was aus. Lass dir was einfallen. Ähm. Ja, ich muss hier auf die andere Seite zuerst. Nee, das geht nicht. Ah, guck mal hier. Jetzt kannst du dich hochspringen, wenn ich hier drauf bin. Oder? Äh, mach mal Stampfattacke. Nee, das geht nicht. Du musst groß sein, oder? Nee, das geht auch nicht. Hä? Aber wenn ich jetzt... Können wir noch Gewichte oder so holen? Nee, ne? Okay. Achso, warte. Mach mal das nochmal. Okay, warte. Oh, scheiße. Was machst du da? Ich bin festgepackt. Das sieht voll falsch aus, Brauni. Jetzt ohne Witz. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich kann mich nicht groß und nicht klein machen. Ach nein, Brauni. Ah doch, warte. Oh Gott. Alter, erschreck mich doch nicht so. Ja, ich kann doch nicht ahnen, dass man hier durch die Rille fallen kann. Jetzt mach dich die gleiche Feder nochmal! Nein, ich will doch... Was machst du denn? Du kannst ja nicht hochlaufen. Irgendwas muss ich... Irgendwas muss ich doch machen. Doch, kann ich bestimmt, oder? Mhm. Doch, doch. Mach nochmal. Doch. Okay, warte. Sprünge mal rauf. Wiehst du, ich kann? Ja. Mhm, ich seh's. Du bleibst gleich wieder in der Ritze. Irgendwas muss ich doch machen. Hast du da feinsprungen? Ja, herzlich willkommen. Danke für deinen Follower. Ryan is hacking. Mit voll der Banausel in Horizon nur die Story spielen. Nein, das Trophy hat Quatsch erzählt. Nein, hab ich nicht. Du hast nur die Story spielt. Ich hab tatsächlich fast... Ich hab fast die Platin-Trophäe. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Einfach nur ein Trophy-Sport-Trophäe. Hier führst du ich spielen. Wie viel Platin-Trophäen hast du schon? Ich? Hm. Fünfzig. Fünfund... Fünfundfünfzig. Irgendwie sowas. Ja. Fünfundfünfzig. Du kommst ja doch nicht immer hier hoch. Du kannst ja gar nichts mit Klappern. Jetzt bin ich extra wieder runtergegangen. Ah, hier! Wandsprung! Okay, du kannst es machen. Hä, nein. Guck. Ich hab noch null Platin... Hä, wie kriegt man das hin, Brownie? Ich hab tatsächlich... Die PlayStation letztes Jahr erst gekauft. Die PlayStation fünf. Und ich hab erst... Ähm... Ein Spiel gespielt. Last of Us zwei. Ne, eins. Springe runter und katapultiere, Brownie, so hoch. Ja, das Problem ist aber, dann bin ich ja unten. Ah, nein! Verstehst du? Warte, ich hol dich hoch. Warte, ich mach dich jetzt hoch. Ja, genau. So. Und jetzt gehst du auf die andere Seite. Ja. Ich mach mich klein und jetzt springst du runter. Und dann? Das war... Das war... Ich hab ne Trophäe bekommen. Ich hab ne Trophäe bekommen. Okay, versuchen wir das nochmal, aber ich mach mich nicht klein. Ich hab dich umgebracht. Ich hab dich umgebracht. Du bringst mich ständig hin. Danke für den Vorschlag. Oh Gott. Oh Mann, ey. Okay. Also irgendwas muss das ja bringen, dass man hier die Plattform so runter bekommt. Okay. Mach mal nochmal. Mach nochmal. Was? Ne, anders. Genau, spring nochmal runter, weil diesmal mach ich mich nicht klein. So, und jetzt kann ich mich groß machen und davon geht noch tiefer. Ach so, jetzt. Guck mal. Ah. Okay. So, jetzt musst du mit mir kommen. Hier. So, guck. Oh Gott. Das war einfach zu gut, ey. Ey, aber siehst du, wir haben wieder eine Trophäe bekommen, die wir sonst geskippt hätten. Ja. Durch Baltor. Dankeschön, Baltor. Ey, ich will nicht wissen, was wir schon alles geskippt haben unwissentlich. Ein witziges. Ich glaub, ich brauch mal deine Hilfe hier, oder? Ach, das musst du machen. Ne, du musst rüber. Ach so. Ach, ich muss auch dran. Ah. Jetzt können wir wieder so dreidimensional fliegen oder so. Ne, doch nicht. Ah, hier. Hui. Jetzt musst du wieder. Ne, du kannst die ganze Zeit. Ne. Ne, nein. Du musst auf mich warten. Ach so. Alter, du Monster. Auf mich verraten. Warten. Auf mich verraten. Ich wusste das nicht. Okay. So, jetzt komm. Ah, jetzt sehe ich's auch. Okay, jetzt sehe ich's auch. So, jetzt musst du zuerst und dann muss ich. Ne, ich muss zuerst. Genau. Und jetzt du. Und jetzt warte. Warte, jetzt muss ich. Und jetzt du. Und jetzt du. Und jetzt ich. Huiui. Okay. Wir sind, wir sind gut. Ich glaub, wir haben's. Spielst du etwa schon wieder hier mit den, mit den Bällen? Immer. Nein, nein. Ich wollt einfach mal auf die Erde wieder. Ich muss einfach mal wieder. Ich bin drin. Ich sag nichts mehr dazu, okay? So, wir haben's doch. Ist doch ganz einfach gewesen. Ja, warte. Ich muss dich wegmachen. War da noch was? War hier noch was? Eine Rakete? Bist du dir sicher? Hier ist doch noch eine Rakete. Soll keine Rakete? Wo ist denn eine? Ach, da. Hier außen auch nicht? Ne, wir haben schon alle. Bestimmt auch irgendwas, wenn man alle Raketen hat. Ich geh aber schon ins nächste Level ohne dich rein. Ach nee, das war schon das letzte, ne? Das war schon das letzte. Wir müssen jetzt an der Kobel. Ja dann. In der Kobel gehen. Ich hab's geschafft. Äh, Ryan Shackler sagt, da gibt's noch eine Trophäe. Äh, wo denn? Was muss man tun? Echt jetzt? Was muss man denn machen? Wir brauchen die da unbedingt rein. Ja, ich will wenigstens erfahren, was man machen muss. Ach so. Hö, ich kann man's ja dann nochmal machen. Wahrscheinlich wirklich alle Raketen zünden oder so. Ist der irgendein Böser? Oh oh. Da oben ist jetzt ein Boss. Sicher. Äh, Defenses? Defenses. Ähm. Warte. Ich will gucken, ob hier noch irgendwas ist. Man muss sich alles anhören, was man mit dem Satelliten finden kann. Ah. Aber haben wir doch. Nee, dann hat Brownies nicht gründlich genug gemacht. Hab ich eins vergessen? Oh Gott, jetzt geht der da erstmal rein. Ich geh ganz kurz zurück. Du kannst jetzt schon mal das Rätsel lösen. Mach ich auch krass. Ich geh durchspielen. Oh scheiße, ich weiß nicht, wo das war. Oh Gott, das wird ja ewig. Nee, das... Das geht nur mit mir, ne? Hä? Das geht ja gar nicht. Das Rätsel ist unlösbar. Man muss sie komplett durchlaufen lassen. Hab ich aber gemacht. Weißt du, die Trophäe werden wir jetzt nie wieder kriegen? Hm? Das Rätsel ist unlösbar. Ich hab ein unlösbares Rätsel gefunden, Brownie. Wir müssen das Spiel beenden. Das geht hier nicht weiter. Warte, ich mach jetzt kurz, äh... Ich hol uns die Platin-Trophäe hier. Irgendeiner muss ja hier die Platin-Trophäen holen für dich. Platin... So? So? Okay, ich guck mir das jetzt an bei Brownie. Ich hab hier sowieso keine Chance weiterzumachen. Du könntest auch herkommen. Ja, den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich setz mich nicht so unter Druck. Ich glaub, wir brauchen die Ärger, aber hier so... Das geht nicht wegen dem Greenscreen-Ende. Wem gehören eigentlich diese ganzen Wissen hier? Ich wedel dir, ich wedel dir, äh, Luft zu. Was wedelst du? Wem wedelst du? Was? Okay. Wohin? Oh! Oh! Siehste? Oh! Ach so schlimm, der Affe! Wer ist der Bus? Der Affe. Hab ich schon ganz vergessen. Ja, mit dem spielen wir gleich. Dem Astronaut. Banane 777. Alpha, Delta, Banane. Pfff. Rose, of course. Listen, we don't have any time. I need you to send reinforcement. The Darkseid has lost an attack on the communication power. Hello? 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 Wir haben noch was vergessen. Ja, aber wir haben noch keine Trophäe gekriegt. Way too much sci-fi. Oh, ist das hier Planet der Affen? Nee, das ist ein Aff-Stronaut. Übrigens, äh, bei den Portalen... Shawnee, hallo! ...in den Raum mit... ...in den Raum mit den Portalen gibt's wohl auch noch Mini-Spiel, aber ich hab keine Ahnung. Oh, okay. Aber da... Ryan ist mir fremdgegangen. Sie geht einfach zu dir. Ja. Weil er weiß, dass du das alles skippen willst. Oh, Dr. Harkin! Ah, das hab ich aus Versehen geskippt vorhin. Oh, Mann. Warte, ist das nicht unsere Tochter? Ja. Du liest nix vor. Doch, lese ich doch. Hier, guck. Ja, lies mal vor. Jetzt haben wir das... Oh, guck mal, was wir haben! Eine Platin-Trophäe! Drei Prozent haben das nur! Alter! Das hast du nur wegen Ryan. Und... Und vor allen Dingen, du hast es nur wegen mir. Du hast gar nichts dafür getan. Wenn du... Wenn ich nicht wäre, hättest du Ryan gar nicht kennengelernt. Aber hast du dieses Geräusch gehört? Das hast du noch nie gehabt, ne? Ob der... Ob der... Will ich. Das hast du ja ständig. Das war das erste Mal. So. Jetzt können wir gerne... So, jetzt komm endlich. Ja, ist ja gut. Du mit deinen Platin-Trophäen. Vielen Dank, Ryan. So. Das ist ein unlösbares Rätsel. Das geht nicht. Das ist nicht lösbar. Äh, das ist lösbar. Jetzt spring nochmal drauf. Ah, jetzt. Ah, jetzt geht's. Wir müssen das doch drehen. Jetzt mach nochmal. Hier ist doch ganz einfach. Fertig. Ja, das war's schon. Was daran ist jetzt unlösbar? Ich hab keine Batterie. Komm, geh da rein. Ich muss über... Hier rein. Oh, Ryan bleibt mir immer treu. Das ist schön. Die paar Leute, die mich unterstützen, muss ich doch mir warm halten. Jetzt kannst du rein. Ran. Starten. Wo denn? Was ist da? Äh. Uah. Arschbombe. Ja. Oh Gott. Was macht denn unsere Tochter da? Overall Happiness? Schon wieder eine Trophäe? Because I'm happy, clap along, if you feel like a room without a roof. Wow. Noch eine Trophäe? Guck mal, wir kriegen so viele Trophäen wegen mir. Ja. No, look. He's tracking her well-being. Ja. Ja, still super well-being. Hallo und vielen Dank, Ryan. Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, Brownie, vielen Dank. Nein, Ryan hat gerade geschrieben, dass sie wieder aus Februar Prime abgeben wird. Achso. Achso. Brownie gönnt's einem nix. Okay. Doch. Vielen Dank, Brian. 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 Oh Gott, braucht einfach still sein. Ich lese gerade den Untertitel, das ist wichtiger. Ja, drück immer einen roten, großen Knopf. Ich glaube, wir haben das Minispiel geskippt. Wir? Du, du hast auf den Knopf gedrückt. Oh Gott, der Affe kommt. Oh Gott, ich hab Angst. Bleib doch nicht stehen! Ah! Ich bin doch... Ich muss die Kamera anmachen. Ey, hallo! Und du? Der geht nur auf mich, der scheiß Affe. Ja, wir müssen irgendwas machen. Tschüss! Ja eben, mach was! Ich drück die Tasse, ich drück die Tasse! Ich drück die Tasse! Saftige Wattes! Dankeschön für den Follow! Hier! Hier, hol's! Komm zu mir! Geh dahinter! Geh dahinter, dass er das abschießt! Genau! Genau, genau! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Easy! Alter, was easy! Oh mein Gott! Dankeschön für den Follow! Vielen Dank! Alter! Ah! Und sterbe! Gibt's hier nochmal irgendwo was? Hilfe! Ich glaub, du musst jetzt was machen! Äh, ich muss grad überleben! Aua! Jetzt musst du das machen! Du mach! Mach du hier vorne! Hier vorne! Ach, hier! Hier! Ich hab's! Ich hab's! Oh, du bist tot! Ah! Hey! Oh Mann! Jetzt bin ich wieder dran! Ne, ich bin dran! Mach! Ja, warte, ich mach! Hä? Wie kann man denn schneller laufen? Nein! Nein! Ich hab' die Arie! Ich hab' die Arie! Alter, wie krank! Wie oft muss man das denn machen? Äh, 10 Mal! Oh Gott! Oh Gott! Öh! 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 Ich mach' die komischen Geräusche hier! Okay, hier! Ah! 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 Jetzt bin ich wieder dran! Ich bin wieder dran! Ah! Rauni! Ich bin dran! Wie geht's, Julian? Momentan fühl ich mich ein kleines bisschen hitzig! Ey, du darfst nicht zu weit außen rennen! Dann bist du langsamer! Glaube ich! Ne, das macht keinen Unterschied! Aber ich renne schon! Ich bin gleich da! Ey, du bist viel zu weit oben! Was? Du bist viel zu weit oben! Ach so! Ja! Ich bin unten! Ja! Schön! Wie hoch muss ich denn sein? Ja, so dass es trifft! Hä? Nein! Du musst die Wand hochlaufen! Hä? Ich muss keine Wand hochlaufen! Ach doch! Da! Stimmt! Stimmt! Ups! So! Und jetzt! Ah! Ach so! Ich leiste sie 20 Mark! Das scheint wirklich so, ne? Oh! Oh! Was passiert jetzt? Schmeiß ihn weg! Schmeiß ihn weg! Du musst ihn unten anfassen! Ich muss ihn unten anfassen! Zwischen den Beinen, genau! So! Wir haben seinen Laser abgeschossen! Oh oh! Raketen! Raketen! Äh! Was machen wir jetzt damit? Weg! Au! Pfff! Ne! Das kann nicht! Das kann nicht! Wir müssen glaube ich so machen, dass die Raketen entweder gegen ihn fliegen! Gegeneinander vielleicht! Oder gegen ihn! Hä? Ah! Hier! Okay! Was hast du gemacht? Die fallen auf den Boden! Wenn man lang genug ausweicht! Ach so! Einfach nur ausweichen! Und dann! Ja ja! Genau! Einfach ausweichen! Dann fallen die auf den Boden! Dann kannst du sie neben drauf reiten! Okay! So! Und jetzt kannst du in... Nein! Der nächste ist schon in mich reingeraten! Die Steuerung ist spiegelverkehrt! Ah! Aber die nächste ist schon in mich reingeraten! Gerade eben! Du musst nach unten drücken, um nach oben zu kommen! Bitte! Glaube ich! Und nach rechts und nach links! Oh Gott! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Au! Ne! Scheiße! Oh! Das ist anstrengend! Ich hab's! Ich hab's! Hast du ihn getroffen? Ja! Aber wir müssen das irgendwie 20 Mal machen! Ich hab bei dir ja nicht drauf geachtet! Ich bin zu doof! Ich bin zu doof zum scheißen! Oh nein! Ich bin explodiert! Ich bin explodiert! Hey! Was ist das denn? Ah! Eine Rakete reicht um zu sterben! So! Jetzt hier! Also nur oben und unten ist verteilt! Oh nein! Uh! Komm! Ich schaff's nicht! Nein! Hey! Ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn voll getroffen! Hast du ihn nicht getroffen? Doch! Ich hab ihn doch gerade voll getroffen! Beschissbetrug! Jetzt mach ich es! Ich hau ihn jetzt rein! Warte aber sowas von! Vielleicht musst du mal auf dem Deckel treffen oder sowas! Ne ne! Einfach nur gegen ihn fliegen! Nur! In Anführungszeichen nur! Bei mir hat's geklappt! Äh! Ich bin in Luft explodiert! Auch nicht schlecht! Ja! Ach so ja! Die Rakete fliegt nicht unendlich weit! Du musst halt direkt raum! Ja! Ride the racket! Hier! Guck's doch ganz einfach! Mann! Ich treff nicht! Der fliegt immer schnell weg! Ich bin einfach zu doof dafür! Ich kann das! Mach du das! Alles muss wieder dein Ehemann machen! So einmal noch! Okay! Warte! Komm hier! Ich will auch mal! Ich will auch mal treffen! Ja! Ich hab ihn getroffen! Ja! Kamera aus! Kamera an! Und jetzt? Warte! Ich mach mich groß! Genau! Mach ihn kaputt! Hä? Das geht ja gar nicht! Ey! Du musst da klein und da rein! Hier! Wo rein? Da! Hier! Bei mir! Ich geh rein! Bis bald! Tschüss! Ich guck mir das an! Oh nein! Jetzt bin ich zwischen seinen Beinen! Hilfe! Hilfe! Nein! Aua! Oh! Okay! Bitte! Bringe ihn schnell oben! Ich bin tot! Wie wärs wenn du überlebst? Was? Äh! Ja! Ich muss die Ejekt-Taste drücken! Warte! 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 Ich hab's gleich! Überleb einfach! Einfach! Sagt er! Weißt du? Alter! Mach jetzt hin! Ich muss hier das ganze Gerät hochklettern! Ja und ich muss ausweichen! Schnell dich! Was? Oh Gott! Ich bin gleich oben! Ich seh seinen Schwanz! Ich seh seinen Schwanz! Es ist schön für dich! Okay warte warte! Oh Gott! Ich bin jetzt an seinem... Ich bin jetzt an seinem Kohl! Ah! Oh! Hier sind seine... Alter es ist viel zu viel! Jetzt mach mal Hütte! Ich... Ich seh seine... Ich seh seine Finger an den Fuß legen! Ich kann nicht mehr! Ich bin gleich tot! Jaja! Ich bin gleich da! Ja! Von wegen! Was? Überarscht mich! Alter! Du wirst... Du wirst nicht mehr... Mach jetzt! Hör auf die Sterne! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich muss alles nochmal machen! Nein! Mann! Ich kann nicht mehr! Aua! Aua! Was ist hier los? Aua! Was ist das denn? Oh Gott! Oh! Oh Gott! Hey! Brau die jetzt! Mach doch endlich! Wenn du wüsstest... Was ist hier... Was ist hier? 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 Es tut weh! Brau die jetzt tut so weh! Aua! Ich bin tot! Es tut weh bei mir! Warte ich doch! Ich stehst die ganze Zeit nur um! Ich hab's gesehen! Überall Blitzteile! Jetzt mach endlich! Feih mich! Ich bin gleich tot! Es gibt mehr viel! Nicht sterben! Ich bin tot! Oh Gott! Ich bin gleich da! Jetzt mach endlich! Oh Gott! Oh Gott, du Monster ey! Ich muss mich absichtlich da so lange zappeln lassen! Der arme Affe! Seinen Raum schon geklaut! Oh was? Ich darf jetzt schießen! Oh ja! Ich darf lenken! Endlich! So hier! Endlich darf ich schießen! Wo ist er denn? Wo ist er hin? Stop it! Stop it! Können wir hier auch Dinge kaputt machen? Das ist ja voll die komische Sichtweise hier! Ja, aber guck mal bei dir! Ich kann auch andere Sachen kaputt machen! Alter! Egal, jetzt ist alles kaputt! Ich glaube ich würde sterben vom Puls hier bei dem Spiel! Ja, aber das ist echt anstrengend gerade gewesen! Aber es macht Spaß! Oh, guck mal der arme Affe! Der ist so süß! Saftiger Luchs! Ja, ich verliere immer mal wieder die Stimme, wenn Ben Brown nie das spielt! Hallo! Sie hat nicht mit dir seit Jahren gespielt! Okay? Du hast ihn monitoriert! Komm schon, einfach anzusehen! Vielleicht können wir dir helfen, wieder Freunde zu werden! Hä? Du denkst so? Ja! Ich kann mich bitten, Bruce zu spielen, mit dir wieder zu spielen! Aber du musst uns helfen, zurück zu ihr zu kommen! Ist das nicht der Mercedes-Stern? Oh, doch! Du darfst sie nicht zum Weinen bringen, okay? Und du hast ihn angelogen! Du hast ihn angelogen! Ja, du! Ja, aber ich bring ja auch nicht meine Tochter zum Weinen! Ist ja kein Hund hier! Ah! 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 Ah ah! Ah!